den stream glaube ich mal nicht mitnehmen und wisst ihr warum der ein ausgeschlossen wurde warum der ja genau alle klammer alles vor ich habe mich sehr getrunken komm doch her ich hab mich ja getrunken ich hab nichts ich warte auf dich also kann mal guck mal hey hey basta was da nein nein ich brauche ein teams wenn ihr im ring geht dann kommt davon ich brauche ich brauche essen ich brauche essen hast du ich habe essen man hat mir also nicht wirklich das idee dass ich dir das gebe du bist mein fein was ist das gott ich bitte mich an ich hab nix wie gut bist du ein pvp schätze ich mal ein eine null wenn ich daran was deine spiele empfälligkeit was sie ich habe auf 200 geschaltet auf 200 ist zu schnell mann 965 so umdrehen und dann so das sieht aus wie ein bach komm mal her er war 13 und was willst du schläge ja ich werde ich treffe ich bleib locker kollege ich hätte dich einfach jetzt viel mehr und dank meine spiele empfindlichkeit kann ich mich nicht so schnell bewegen so ein glück so ich bin die schwerkraft ich habe irgendjemand vergessen zu und stumm aber das ist mir irgendwie egal ich habe alle aus der party gestimmt aber ich habe alle aus der partien es wird nur ein mikrofon und die hübschen das ist die blutten stunden der blutten stunden der ist nein um mich an um mich an die erste schrecklich scheiß habe ich das gerade ohne sofort und er hat mich an ich habe mich an und die ganze Zeit der Fleisch der Tour degetarier Wiener Wurz bester Flachwitz ein Zuschauer wer könnte das sein wer könnte ist wer ja vielleicht ja ich mit meinem handy ich werde gerade ausrasten okay wieder null zuschauer okay 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 wie heißt ich auf youtube rodensack 2000 ja richtig geil richtig geraten ich werde rasieren es gibt doch ein steinschwert mit verbrennung ja das gibt es schon lange aber ja dann weißt du was es noch gibt das ist extra für dich gemacht michelle mit gültig hier ist mir einfach das leder muss und das ist die stärkste waffe denn die macht 6 plus 0 schaden oh mein gott ich habe gerade nur dornen sachen ich würde ich wollte niemand sollte mich lieber angehalten haben steinschwert okay ich hab jetzt ganz ich bin mal ganz kurz aufkommt wer mich angreift der ruhig ich wirklich die stelle mit gültig da ist immer dran ja wer bist du ja ich kenne wirklich wer ist das denn kenne ich dich leute ich spreche ich manchmal leute an dass sie mich kennen so langsam mache ich mir sorgen um mein leute ich will doch nur ich will doch nur noch mal streamen leute man kann nicht nur mal streamen man kann es nicht weil jeder beitreten jetzt höre ich mich dreifach man kann ja nur gold und kein wert bekommen aber die man schafft die man schafft die amattenschaufe die amattenschaufe ich gehe zu dir halt ich mal ein eisenaxt eisenaxt was die meine leute nehmen also ich kann das nicht asozial hey wer ist das hey wer ist das wer ist das nicht mich hin man kann nicht nur mal streamen man kann nicht nur mal streamen was der zock war das doch von hinten kommen die machen ihr redet alle durcheinander machen ja hier gibt es kein team hier geht ich wusste gar nicht dass du mit mir machen willst ich werde ja mit ziemlich vincent ja nicht hier aus danke momentan habe ich den aus der party gekickt wollte ich nicht aber passiert halt mit hier kann sie machen durfte er seit wann darf man team machen habe ich das erlaubt gar nicht ja ich habe weiß ich ja gar nicht mehr das kann ich ja nicht die ganze zeit schmerzziegel ja ich werde wohl nein ich kann keine kippen werden aber doch noch eine geile Waffe bekommen auch hier man schon wieder ich kann nicht mehr okay danke für die OP-JS die aber auch war ja mal passiert halt mit welchen leuten noch mal eigentlich wichser in einem leipzig sagen witzel nein wichser jetzt hast du es ja gesagt oder doch ich tue ich erlebe noch winzen der kämpft am sport da oben ich habe meine sicht verändert es ist jetzt ein ich habe einen schadensdrang ich bin aber ich bin unverwundbar macht schon ziehen musikern das habe ich mir verdient ja macht der beste copyright musikern damit ich sofort zwei kriege ja beste ja wer hat das jetzt hier eingesetzt mit diesem schlagzeug die barbys fans werden das was für spaß ich habe ich habe ich habe schwer ich weiß spaß ich will euch nur ernst einjagen damit man mich nicht sofort angreift aber jetzt habe ich wirklich schwer ja perfekte die idee was sie geht da nicht hin der geht ausgerechnet da wo ich hätte heute du bist so blöd du ich sehe dich doch trotzdem dass ich dich ja voll witzig schön das steht da steht oben links so bei mir du wohnst aus der party ausgeschlossen danke ich lache ich lache ich kann doch wenn sie erst aufs schwäch gegeben vom unter den kleinen ein halbes herz ein halbes herz mein gott ist mir doch egal ich tötte ihn jetzt ich habe ich habe geblüfft junge also habe ich noch ein herz habe ich habe noch volles herz im gegensatz nicht oder die truhe die truhe die ich neu gefüllt danke für einen bogen aber ich hätte was besseres erwartet mini games so enttäuscht mich immer wieder verschwinden ja da und wer hat die op-drohe ich was sie ich hasse dich ich nö nein ich gebe ich bin voll die clip immer mal mit team was für ein team japan ich leck mich anziehen ich kann ja aber danke für aber ja gibt das ist wenn ich nicht betrüge was passiert dann ich zeig mein gesicht in youtube der genau du kannst nicht ich habe ein gold abfällt der ist super nein sag nicht du kommst hier grad hoch nein oh gott was hast du für ein danke für die brustplatte ich werde dich jetzt einfach lieber ab ich werde ich habe noch genug feine ich habe mein gold abfällt ja frisst tropter bist du möglichkeit fett basti weh nicht das hat jeder der fett ist ich hab nichts gegen vorher das ist nichts so Meat oh mein Gott oh mein Gott ich hab gerade zu einem hautbilder hinter dir hinter dir hinter dir Basti oh sei doch leise man sei leise ja genau ihr habt ihr ja siehst du was hab ich gesagt ich hab doch gesagt hinter dir ja ich hab doch gesagt hinter dir immer 13 kill immer 13 kill ihn aber er hat es ja das kommt 15 cm ich habe schon gegessen er hat das stein schick aber das schaffst du aus beim ihn jetzt nein ja muss beim halt von da drinnen ja mach ich gerne jetzt kann ich nicht mehr ich hätte dich ich hätte dich so hat ich hätte dich so hat so was von killer ich ändere meinen namen ich ende meiner jetzt kommt die beste party musik weil ich habe neun mit dem kanal angefangen naja mit player king hd player king hd wenn jetzt wirklich das zuschauer gerade bei mir kehrs player ist nun mich wieder verarschen anzeige aus anzeigen nein doch ich hasse was die was ist meine kiste mein was ich kenne hier leider nicht die op was denn ich heiße nicht mehr mail 13 aber an das alles aber ich heiße nicht mehr mail 13 aber kopf hoch wie denn king ma 13 mal erstes let's play rocker league gemacht vielleicht warum schau mich so ab 3 gilt ich kann nicht was ich wollte ich doch gar nicht wissen wir sind keine freunde ich haße dich doch nicht immer aus der party gekickt doch das hast du die verdienst gekippt werden und bist auch alarm eine chemische explosion das ist die heftig okay nein ich bin doch tot nein ich meinte mit der fehlermaus also sagen wer wo ist oder so nee 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 das ist ja sonst sonst kriegst du auch ein band ich drohe halt immer mit dem band ich gucke dir nur zu kaka ich hab dich in frieden gelassen oh man ich hab doch fast nicht versteh ich hab doch fast nicht so schnell geschaut auch wer ist denn da hinten oh Basti es ist ich bin das ist das ist er bleibt ja genau ich bin ich gebe die Rückstoß was bin ich für einer aber was sie ist ein größeres das hat er sich verdient ich habe mir selber spiele gegeben meine waffe ist kaputt kommen kämpfe ich habe kein essen ja ich habe es aber ich konnte jetzt wo ist der andere wo bist du johann ich krieg dich ich kann mir jemand sagen wo johann ist also dieser komische ja der laufplatz da hinter dir vorbei da bist du in der mitte in der mitte ich weiß es ist der regel die wählen es ist etwas etwas auch immer drastend über die ich habe keine feine also wenn ich nicht hätte wenn ich nicht 65 ja schluck und so weiter richtig hart 3 da hätte ich wohl ist ich ich beide fünf kids oswald ja verlassen ich dvp alle könnte eine schmerzziege wählen passiert auch verlassen okay meine hose gemacht youtube so was soll man schwäche kommt weg was willst du mich ich habe schwer als schadenstrecke und trefft mich selber damit ja ich werde gleich wegen copyright gesperrt es wird immer noch mini spieler klar das soll mini game spiel sein ja ich habe eine runde verrecken ihr könnt ja auch beim spiel nein das ist copyright das copyright diese musik ich werde gesperrt ich werde es weit kriegen youtube bitte nicht youtube bitte bitte hört sich das nicht an bitte bitte ich war die okay das muss doch auch bei meiner wettbewerbs spiele ich muss auf okay ja 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 lust so an die mich zu verkacken ich spiele bad was okay ja ich habe auch bad was du bist mit dem osweite team weil das ein bisschen schlechter das ist copyright ich wurde schon einmal dafür gesperrt auf meinem kanal für eine andere musik aber das ist auch copyright das ist halt nein 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 mein lieber freund ich weiß schon genau was du vor hast osweil komm jetzt rein ja ich hab schon die schelle in der hand also kann ich keine truhe öffnen also also es tut mir leid das gebe ich die gerechte gebe ich die gleich okay eure seite ist die stein ist da oben die bergungsmacht auch danke ich warte jetzt auf auswälte hast du keine rechte von nichts machen ich kann nichts aber ja auswälte kommt jetzt extra dich doch ich komme warum sind die zu du hast mir ist ich sagen dass es ein server ist oder das ist besser war auch nee 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 das ist so ein bett was egal wie kann das bett was hast du mir rechte geben kannst du noch nicht nur einer kann die kiste kriegen 321 weil ich habe nur eine kiste eingebaut warte wer hat jetzt wer hat jetzt die kiste bekommt von euch ähhhhh vincent vincent ok ok da guckst du in der mitte sind die sparagde was willst du den bogen oder ähm die spitzhacke in der mitte sind sparagde leule ja ja wir müssen noch schnell in die mitte bauen ok mach schnell ich schütze ich kann fast brichtchen nein 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 ok warte warte ich ich ver- warte sag wenn da kommt hey du darfst mich du darfst mich ver- oh sorry sorry ich geh mit fast bricht und darüber ich will ihn abschießen hast du noch steine hast du noch steine ja ok hier ich hab steine hier nimm schnell ja klar er wird immer wieder hoch ok jetzt mach ich kein fehler mehr warte wir können eigentlich schon jumpen wir können rüber jumpen ja ja gut dann jump rüber ja ok jump rüber nein nein oh man jetzt haben wir keine blöcke gemacht wie denn das ist das äh wir müssen gleich machen ich bin unten gesprungen ich bin unten gesprungen ach ich hab euer startpunkt vergessen sorry nein hey wir müssen doch dann meine blöcke oder so mehr jetzt haben wir keine blöcke mehr hey wollt ihr an mein bett was spielen ja ok ja ok ja ok dann leide ich diesen anderen rein aber nicht auf ähm hier mach aber bitte nicht auf ähm hier also diese sperrung so dass ich nicht beitreten kann wer ist denn jetzt der ist halt ist der buch ok ja ja sehr gut also spielerbeschränkung und sagt mir nicht wir müssen ok und mich halt den ma auch ja nämlich einfach ma ja so nennen mich die meisten ich nenne nicht ostwald ne ja ja kannst du machen eh wo war meine kiste also ostwald wie meine gegen ihn wieder ne ich hab ich hab mehrere inseln ja dann müssen wir okay alles klar du musst du musst kurz ihr müsst kurz warten weil ich hab noch was ich hab noch sachen und die ja dann selber war schon gut aber da wurde halt meistens gewünscht die andere leute haben einfach nichts anderes im kopf ja auf meinem server hier wurde noch gar nicht geprüft weil er erst sehr neu ist achso ist ja ganz gut ja gut ich teleportiere ich gleich ne ok ok eben das sieht mir ja krass oh das ist du ähm 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 du bist bei team roth ne ja wo ist das denn die mitte da hinten wechseln sich an ey eben die stunden achso äh ich hab noch so ähm aber danach musst du die rechte machen ja ja ich muss ihnen nochmals in der mitte gibt es auch nur das macht so nachts ihr könnt jetzt eure rechte auf ihr dürft noch einen startpunkt damit wir unsere bett auch gut zubauen können nein aber sonst nein das ist dumm das ist dumm weil wenn das bad ab im bett nicht abgebaut wird dann wollen wir da immer die kleine blöcke ich dann muss jetzt darüber nein ihr müsst ihr müsst zuerst mal schlafen also wenn er jetzt nicht schnell schlafen dann ja wusste da ist was da in dem haus ach so da ich bin so jetzt jetzt wieder rausgehen so ich mal schnell schlafen und jetzt wieder auf tag geschaltet wisst ihr wie ihr euer bett richtig zubauen könnt ja ja er kommt da also brauchen sie raus da wo diese orange blöcke irgendwo aus der erde muss als einen orangenfarbener block ja nur den krieg ich nicht der bleibt einfach drauf ist ja der freund ja das ist mein von versuchte wo geht es bitte dich ich habe meine leute ich bin ich habe mich bei den lager eingeschätzt wird er erst noch in gebraucht leute ich bin bei den villager gesperrt sie bin ich mal wieder so da kommen jetzt markt aber ich glaube du kann ich mir werke holen ja genau da muss irgendwo den doppel wohnern mit wolle ja ich hab den die billigste bock ein wolle gut da kommt jetzt gelöst in der mitte gibt es auch in der mitte gibt es auch ich könnte mir kreativ geben damit er hierher fliegen kann aber aber ich glaube ich werde ich glaube die shirt ist bei jedem und das ist aus und da ist ja kein wert was also ich kann mir ein bisschen bei dir angucken ich weiß noch nicht wie lange ich noch stimme ich glaube das wäre schon gut die so machen wir sind oben auf dem baum dann müsst ihr euch dann auch noch und ich habe auch ein bisschen essen ja krieg ich nur so rüstung leute ich bin ich bin ich mache gleich bald eine montage irgendwann aber ich arbeite ich daran der montage zu machen unser bett dürfen wir gar nicht zu bauen weil wir haben darin geschlafen wenn wir das jetzt zubauen kann man ihr müsst das aber richtig zu bauen ja ja ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe da machen wir halt ohne und zu bauen okay da kann ich vielleicht aufbauen ja ja wenn du uns direkt aus das ist halt doof ach so deswegen weil da muss ich ja wieder runter rennen also julian hi hi julian was macht ihr wenn wir spielen was er julian bis julian halb ist kein ausreich okay ich stehe gerade nicht aber was ist wie heißt ihr und wie alt nee danke brauche ich nicht sagen dann wie ich ähm heiße les player king hd hier wird schon dass die oben auf dem baum müsste wir können auch die leiten benutzen aber ja ja im büß liegt läuft ja glaube ich kann nicht auf überleben ich kann wie sie auf kreativ aber ich kann vielleicht mal versuchen fast zu wünschen aber ich versuche auf die blöcke hat die blöcke vergessen ich war ich war auch nicht voll ich war nicht voll ich versuche es gleich bei julian hafft man das habe ich keine blöcke um hier rauszukommen das ist wirklich geht das wirklich was man alles klar der hat er einfach so übergebracht das kann ja auch auf der ps4 julian nicht auf dem pc oder sowas weil auf dem pc glaube ich klappt das ja dass das war jetzt wieder unnötige doch ich kann warum 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 weil auf ps4 da klappt halt nicht ja kannst du das auch doch der ps4 weil da könntest du mir das irgendwie ja beibringen vielleicht ich komme jetzt also ich komme nicht mal aus der mitte raus das wird aber auf pc klappt das glaube ich das muss ein bisschen üben alles klappt ja auf der ps4 was so ok wie heißt du auf der ps4 wer ist wie schreibst du gerade halt ledig meine ich gar nicht meine zuschauer warum kann ich sie nicht die meisten du auf der ps4 julian vielleicht klappt es sogar auf der ps3 Ich geh mal wieder, bye-bye. Yo, ciao, Julian. Aber PS3. Habe ich nicht. Mit meinem Brüder. Okay. Bye-bye. Warum kann ich... Ja, klar. Oh, dein OP-Schwert. Ihr habt beide das gleiche. Ihr habt alle das gleiche Schwert. Was ist denn auf dein Schwert drauf? Auf meinem Schwert. Ich kann mal kurz gucken. Hey, du hast sogar Rückstoß auf deinem Schwert. Ich nicht. Ich habe nur Schärfe. Ich habe auch nur Schärfe. Ich habe nur noch einen. Ne, ruhig, eine Silber noch frei. Aber ich tue jetzt nicht diesen Busch da noch. Teleportieren. Oh. 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 Absolut. Ich bin gekommen, weil er wüsste sich irgendwann in die Kickstarter angeben. natürlich will ich das wissen ja gleich später später papa welche seite das herr julian julian sagen ich schon ach da hinten ich bin schon wieder bei ich bin schon wieder betät ich habe sein bett abgebaut so ich kann jetzt kreativ geben damit er hier umfliegen kannst ja unsichtbarkeit da bitte ich ja die kriegst du nicht was uns kannst du ja sachen umstand von der wohnsichtbarkeit zankt linken ach ja stimmt dann kann ich ja sachen und ich habe jetzt ja gut das bessere das bessere plus und statt als ich es bei jedem doch bewohner halt anders ist so jetzt habe ich viel zu viele diamanten es mag ich muss dann hier ist es gibt gar keine die es gibt nur diesmal hat also so viel ist man hat und die stöcke braucht auch nicht weil es ist ein bisschen unnötig die stöcke kürz kuchen hast du dir geholt hey es kann er keine dings mehr ab jetzt kann ich nicht mehr platzieren doch jetzt ich kann doch gar nicht blöcke abbauen ich will die ganze lebe aus weil der ist so gerade bei mir wurde gerade das kann auch so ein komischer bug sein und jetzt wurde sich sogar noch zu mir rüber dann punch ich ihn jetzt habe ich gesagt dass ich mich für die rüber bau weil er sieht das entscheidend gott was ist damit ja klar du bist doch gar ne nein ich warte schaue ich muss und sich ja ja da ist der weg weg du hast noch ja wenn ich das lachen geht ja ich lage dich runter weil du kommst ich baue dich noch rüber hey du musst weg gehen ich kann da nicht hinbauen ach so ist das junge nimm den labern und da weg ich kann sowieso nichts damit anfangen ich wollte euch ein bisschen pranken das sagen sie alle am anfang ich finde ein griefer mit mir kriegen bringt jetzt eh nix und du könntest jetzt alles kaputt machen aber es bringt ja ich habe ich habe keine blöcke mehr was das ist halt mein problem ich habe die blöcke runtergefallen ja okay jetzt habe ich ein problem hier oh gott es geht los schattest du bist du bist du bist um ich muss mein hau ich habe zu schädt ich wusste nicht warte ich habe ich sie ist ja wieder sagt aua junge wer war das ich nicht ich war es wirklich nicht jetzt wirklich ob ich gar nicht gerne noch tier an und da kann man lieber beträgt werden ja hallo hallo also jetzt lasse ist junge ich gebe dir gleich kein kreativ männer da kannst du überleben hier um tanzen ich mag ich weiß uns macht macht ihr so die spiele ich habe seine gefühle verletzten ich habe seine gefühle verletzten so dass du noch mal abbauen musst du musst du nicht das ist das ist ungerecht ich wollte gar nicht werfen ich dachte jetzt die türe ich kann ich auch wieder überleben machen wer hat noch mal die gefühle verletzt ich habe gar keine gefühle verletzt glaube ich und wie hast du seine gefühle verletzt hast du mich nicht gehört ich habe gesagt ich habe gar keine gefühle verletzt als ob du so ein schwert so was ist was ist da brauche ich werde also in schwert also ich habe die jetzt rote falls willst du da bist du tot da bist du selber tut da hat ja verloren hat verloren ja noch eine runde ja ne ich kann ich muss jetzt nicht auf meinem das war gar nicht gehen um ok die beiden in deiner wettbewerbsspielen ja kann man er dann könnte er er hat auch eine wettbewerbsmacht ich will den einfach mal eine freige frau jeder sagt die ganze zeit gar nichts wer ist eigentlich ja was jetzt einladen ja ich muss erst mal okay komm rein komm rein komm rein okay wie heißt du noch mal vincent auch so 2006 okay ich kann es sein ich tippe dich dann ein ja ich konnte ich muss gleich machen wir mit arbeiten ist viel besser ja ja okay du kannst jetzt die krisse nehmen ja jetzt kann ich mit fast wünschen ich kann es auch fast wünschen meine enteberhältnis ja an doch was du ja morgen um 14 uhr ja ich bin bei der bildung kann man so nicht verarschen denn wirklich geht sich oft dann ich habe jetzt ein paar markt geholt und das recht noch nicht okay ich muss ja jetzt muss aber jeder auf willst du das tut ja du verarschst mich auch immer voll ja ich muss gleich auf ich sollte was einstellen also ich spiel bettwurst kann ich mit ich 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 im unterstrich in dieser 13 ok 13 bedeutet mein geburtstag seit 2013 geburt ich brauche also auch wenn wir nicht so viel hast du eigentlich das sind fabrik was meinst du jetzt welches profil anonymus du meinst du meinst jetzt von links meinst du kannst du das jetzt von youtube meinst du das profil von youtube meinst du das profilbild von youtube anonymus wie sieht dein profil denn so aus anonymus der der halt geheimnis der ist heute ein großer hacker das ist halt eine richtige gruppe von den heck ab die trage also eine komische maske mich nur aber dann sowas hast du denn als profil ja schau dir das einfach mal an ähm zu entschuldigung aber ich kann es lesen anonymus kämpft gegen die terroristen und die islamisten ok mal gucken ob ich dein profil finde ich kann doch nicht ich kann doch nicht einfach hier fliegen triffst mich nicht doch triffst mich nicht auf welcher map spielt ihr gerade meiner ich hab dich getroffen nein ich hab ganz aber ich hab ne kleine insel gebaut aber ich hab ne kleine insel gebraut ne kleine insel ne gibt's für jeden da also ich war grad übelst warte mal kurz dein bett ist ab ne aber das fehlt nicht ich hab grad übelst gebackt ja gut ein bisschen die chance ich hab dir ne chance ein bett ist wieder da musst du mich nur kurz scheiße ich brauch mehr hast du keine mehr aber ich hab keine ja gib dir hier hier also danke also oder wollt ihr halt waro spielen ah waro ne das ist nicht so oder wollt ihr halt leben spielen mal kraft leben das ist gar nicht mal so eine schlechte idee dann vielleicht morgen denn ich hab auch mal kraft dein bett ist ab oh danke ähm jetzt darf mein bruder spielen ja danke nein basti ähm basti ist off sabi wer bist du ich bin der bei 13 was von emma achs nein 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 ach ihr seid von basti herein gejoint ja wegen waro hat grad der bruder gespielt kann das sein ja hä wer hat waro gespielt ähm basti du also der bruder glaub ich mal ich ja wie heißt der andere nochmal ost wolke oder so und ich halt aber ihr hattet doch keine rechte man ähm doch ähm der basti hat mir die rechte gegeben und dein bruder ist die ganze zeit die ganze zeit von skelett gestorben die ganze zeit ach so basti hat waro erstellt oder ich hab schon gedacht mein bruder ist bei mir waro welt reingegangen das ist ja schlimm weil hier ähm wann hier was ist denn hier los warum liegt hier auf einmal lava oh ich spiel gleich modded badwars cool ich spiel mit ich bin gleich modded badwars bei meinem freund ich bin gleich modded badwars ja ja cool ich spiel mit ja mein freund hat gestartet ja ich muss schauen was ist denn hier los warum liegt die lava es ist komisch beim ich bin grad noch mit weg wird was geht ja uhr sie und man ich kann nicht rein ich bin einfach mal